ARD Text im Auftrag von Funk Die Verfolgung war nur kurz, würde ich sagen. Komm, Baby, zeig, was du drauf hast. Scheiße, ist das Ding schnell. Mann, wenn ich bin. Der Big Boss, du hast das Ende deiner Vendette erreicht. Der letzte dreckige Bastard wartet auf dich. Richter Hillwood, der größte Betrüger im Empire Bay. Er kontrolliert die Polizei, die Gerichte und sogar die Gangs. Du wirst nie den Moment vergessen, als er dich ins Gefängnis gesteckt hat. Füll der Gerechtigkeit genüge und schick ihn in die Hölle. Nice. Ja, nun. Herr Richter, Herr Richter, jetzt gibt's was auf die Lichter. Jetzt haben wir das Auto wie ein Baum gewickelt. Okay. Uff. Ja. Uff. Uff. Was geht los? Ich habe gerade gefragt wo das kam, ich mich auch. Wunderbar. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Oh, hier muss ich hoch. Ich habe ihn schon gesehen. Und jetzt los. Okay. Okay. Erklär mir mal bitte ein, das ist Aiming von den Typen. Hashtag quer über die Karte schießen. Der Bach ist übrigens ein unüberwindbares Hindernis. Ich sehe nicht mal von wo er schießt. Ehrlich? Gebt euch mal das von da drüben. Na dir das Arschloch. Wer steht denn von hier? Oh, der war gut. Wunderbar. Nice. Versteck mich gar nicht, ihr versteckt euch da drüben. Nicht schlecht. Da ist er noch genau unter mir. Was ist denn? der handgranate war schon ein geiles stück also das muss ich schon mal sagen und mein krieg kommt das abgelaufen er steht da in dem busch was zum henker jemand gesehen ich habe ihn nicht gesehen einer scheint unter mir zu stehen was zum henker das war ja 90 grad nose grob flipp alter mal kannst du mir nicht genau was zu trinken verkaufen ich hätte nochmal munition auftanken sollen und helf vor allen Dingen das ist schlecht gewesen gerade wunderbar erstmal sollte ich einfach auf den tank schießen da hat sich das auch geschissen ah spray it like a boss scheiße bin ich gut ja na also gut trifft es jetzt nicht so die falsche waffe die will ich scheiße bin ich gut nicht schlecht einfach awesome immer selber auf die schulter klopfen vielleicht ist es ganz sinnlich durch den keller zu gehen vielleicht aber auch nicht kann doch ich habe hier oben eine lange suche gestartet auf jeden fall mal alles nachladen hier was wir haben sollen oh ja das ging schneller als gedacht du 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 Was ist der? Der für einen Massaker gemacht hat, nur um seine Rad zu kriegen. Erfolgreich. Gratuliere, du hast Jimmys Vendetta abgeschlossen. Du kannst nur alle Missionen wiederholen, um ein Ergebnis und den besten Listen aufzubessern. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen spektakuläres Ende gewünscht. Aber gut, wer bin ich? Ich lasse jetzt kritisiere. Das war das zweite DLC von Mafia 2. Und, ja, wie erwartet, Actionreich. Nicht schlecht, kann man schon mal machen.